Willkommen zurück zu einer weiteren Runde ORM Inquisition Wir haben letztes Mal das hier vorgeschaltet und wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Runden plus das Die Frage ist jetzt gehen wir hier rein oder gehen wir hier rein? Und das macht mir halt ja, also schwierig, sag ich jetzt mal Wir können das hier erstmal reindrücken Und dann gehen wir da rein Schwierig, aber wir werden es versuchen Das ist so, wir können das Art und Art Nicht zu viel wollen, nicht greedy werden Wenn die uns melden, wird es schwierig Da wird keinen Feuerschuss, glaube ich, haben und dann sind wir keinen hohen Aber ich weiß es gar nicht Wir sollten mal gucken Beteiligung Ja doch, jetzt haben wir Warp haben wir nicht Oh Junge, schau ich das an Wenig Schaden wir machen Ja, das ist ja ein Witz Oh, da war gerade ein Tausender-Grit Ja, zum Glück docken wir so heftig, ne Zehner-Dot Aber Ich meine halt 90% weniger Schaden, ne Das ist halt Wenn du eine Milliarde Schaden machst Ist das halt F***ing wenig dann, ne Die Terminals, die das Protektive-Force-Field haben rausgezogen worden Du musst einen anderen Weg finden, Inquisitor Ich weiß auch noch nicht, ob wir diese Mission hier heile bestehen Weil bis jetzt ist sie gruselig Weil Ja Das sind ja nicht so viele Gegner Und die, die da sind Die halten halt verdammt gut aus Weil wir halt Nur noch 8% Schaden machen Schwierig sein jetzt mal, ne Nein Weck auf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wird schwierig Das wird richtig schwierig Das wird richtig schwierig Die Bolter sind halt schwierig Das ist da, ne? Das war ja Ich muss hier einzeln rausziehen Dann wird das ein richtig elender Schwitzer Missionär Das war ja Der Gartenkommandant, der ist halt Wenn man halt kein Damage machen, kriegen wir auch kein Leech Und ohne Leech ist halt mit Leben schwierig, ne? Da unten die Kiste mit den Grenades lassen wir mal stehen Auch diese Explosion hätte uns schon fast töten können, ne? Müssen eher jetzt Falkes Huhn sein Falkes Hmm Und mal Falkes War eine jetzt eben nur kleine, ne? Wann wieder Sw Authent ein alarm signal really you are too late es 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 See you guys. Ah, they were too greedy. And then these napkin bomb there. Younger. Jesus, no. Oh, God. Yeah, fuck. Fuck, was? Wir waren wieder zu greedy, ne? Wir sind in diesen Sachen immer zu greedy. Schade. Hätte ich gern mal gesehen. Naja. Egal. Lass uns nicht von den Mutigen. Das ist ja noch irgendwie ertragbar. Ist halt auch wieder eine Wüstenmission, ne? Wir müssen uns halt langsam mal aufarbeiten und nicht immer so greedy sein. Aber das war auch abzusehen, dass wir vielleicht da ein Problem kriegen. Weil unsere Pferde nicht so krass sind. Nein. Ich glaube nicht. Thorn speaking. So drehen wir die halt durch, ne? Aber wenn wir halt nur Gramm Schaden machen... Ist das halt schwierig, ne? So drehen wir die halt durch die Pferde, ne? Letztens mal gar nicht gut, wie kein Schaden machen. Das ist ja unser Hauptschadens-Träger in den Bämie. Dafür sind wir ja geskilled. Wenn wir nicht mehr schmerzen, ist das halt schwierig. Wir müssen halt übel aufpassen. Was wir natürlich nicht getan haben. Naja. Wäre ja nicht das erste, dass wir da so krass failen. Aber das ist ein Lerneffekt. Wir brauchen noch geileres Gear. Ey. Darauf ist ja ausgeregt, ne? Dafür erlagt ja wieder ein Event, dass man mehrmals durchspielen soll. Damit man's durchspielen kann, das Event. Ich bin jetzt beim dritten Run oder so. Oder beim vierten sogar. Sogar alles aufgeschrieben, was wir da entschieden haben. Aber damit wir wirklich alles finden. Also wenn es schon darauf hinaus soll, dass wir da alles aufschreiben müssen. Dass nicht die Missionsziele einfach eliminiert werden, die man schon gemacht hat. Das ist schon cool. Aber woher denn jetzt ist das? Da woher denn das sinn? Das ist jemand was schmaler hier. Und zu meiner Gegend rumballern, mal sehen was passiert. Kann man nicht lang, okay. Dann gehen wir jetzt hier lang und dann da rauf. Das braune Knick ist dann unsere Fenster. So haben wir ja keine Probleme, wenn wir mal Planen machen können. Jetzt nehmen wir die halt weg, ne? Selbst mit Seideln auch mal die halt weg, ne? Das zeigt, krass. Gebe ich den einfach bis an Neverland, ne? Gut, das tut er trotzdem viele Sachen, aber er ist halt nicht mehr so bedrohlich. Bedrohlich ist er nicht mehr. Was ist hier für eine komische Truppe unter uns? Sechstausender Schelle. Was ist man was, ne? Sechstausender Schelle, ne? Wieder neben Rasponsor. Wir haben auch noch 14 Kugeln im Lauf, ne? So. Wenn ich jetzt so viel wie ihn wollte, dann können die einfach durchzappen, ne? Wir haben hier ein richtiges Point in Kid Adventure. Wir haben hier ein richtiges Point in Kid Adventure. Ein Leech-Näge ist aber dadurch ziemlich krass, ne? So viel Schaden machen. Für mich das Musikales Boot wieder. Das hat mir so viel gekonnt. Aber ich habe auch schon mal Sinai mit dem authorityswagn. Mit dem authorityswagn. Das könnten wir eigentlich schon gehen, aber ich würde da hinten die auch noch vernichten. Weil die Laufnähe ist ja einfach durch, ne? Bis zum Start. Die Limmel. Was ist mit ihr da stecken geblieben, oder was? Das verstehe ich heute auch nicht, ne? Die da nicht einfach nur so durchschlümmeln. Da brauchen wir noch mehr Dots auf den Gegnern, oder stärkere Dots. Ohja, zumindest ziemlich viel Ruhm abgestaubt, das ist auch was wert. Ja, easy. Gibt ihr hier noch irgendwas? Ach, jetzt steht ihr hier wieder durchrum, ja? Richtig tolle Ikuten sind dort. Ah ja, ne geheime Mission. 600% mehr Schaden. Ja, soll ja auch schwierig sein, ne? Man soll ja auch, äh, anstrengend, äh, also ne Herausforderung haben. Kann schon gar nicht mehr reden. Zu überfordert bin ich. Naja. Waren jetzt noch diese zwei Splitter. Dann gehen wir die Mission nochmal durch und alles was über 400 ist und über 90, das lassen wir glaube ich. Also. Das könnten wir noch machen. Die frei. Hm. Die ist aber broken. Nein. Oh nein. Das ist halt ne. Hm. Okay. Ich glaube, die Entscheidung fahren wir beim nächsten Mal. Das wäre ein bisschen zu krass heute. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020